So, ich war gerade, habe ich in einem anderen Video schon gesagt, in meinen Euro-Laden und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal was mit, was wirklich absolut vollends bekloppt ist. Wir haben hier reich werden mit Pokern. How to make money. Lehrprogramm gemäß §14 Jugendschutzgesetz, FSK, bla 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 bla. Ja, es ist einfach nur eine DVD. Steht drauf, 90% aller Pokerspieler sind Verlierer. Sie sind ungeduldig und unvorsichtig, zu sehr oder zu wenig von sich und ihrem Spiel überzeugt. Wer zu den 10% gehören möchte, die dauerhaft erfolgreich Texas Hold'em Poker spielen und damit echtes Geld verdienen, kann auf dieser DVD die Geheimnisse, Denkweise und die Taktiken eines Poker-Profis... Hä? Ja. Ist egal, habe mich verlesen, aber nicht so schlimm. Ja. Reich werden mit Poker. Ja, hier hat man Einführung, Beschütze deine Hand, Protokolliere dein Spiel, Positionen und Starthände, das GAP-Modell, die Blinds, Suit Crabs, mittlere Positionen, späte Positionen. Ja, wenn es so einfach wäre, dass man zu den 10% gehört, ich glaube, dann würde jeder Poker-Profi werden, ne? Das ist wohl nicht so einfach. Aber ich muss die CD einfach mal mitnehmen. Ich werde mir die DVD auch versuchen anzugucken. So sieht sie aus, das gute Stück. Ich werde sie wahrscheinlich wegschmeißen am Ende, weil, äh, ja, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich habe sie einfach mitgenommen, weil sie super günstig war. Ich glaube, ich werde jetzt Poker-Profi. Oder nicht. Ähm, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne, äh, ihr könnt gerne mal einen Kanal abonnieren oder mir einen Kommentar da lassen. Daumen hoch, Daumen runter. Bis denn dann. Ciao.